Hallo? Danke für ein Unterbuss, lol. Um die Wette zu gewinnen, schlag deine Freunde. Falte die vier Ecken in der Mitte. Rotiere das Papier und schlag deine Freunde. Als nächstes schlag deine Freunde. Anschließend schlag deine Freunde und am Ende schlag deine Freunde. Scheiße nun die Ecke unten rechts ab. Falte die Wette wieder auseinander, et voila. Wie du siehst, wurden alle Hackenkreuze erfolgreich entferft. Ich hab sechs mit einer Schere gemacht und den Stiel aber durchgeschnitten. Nur ein Stückchen abgezickt. Zur Nummer 3. Wenn unser CO2-Ausstoß weiterhin so stark ansteigt wie bisher, werden viele Fischarten sauerer und damit werden viele Fischarten kleinere Inseln verschlingen und Sturmfluten auslösen. Sie feiern gemeinsam. Oh, Kuchen! Hello darkness my old friend. Hey Sven! I've come to talk with you again. Hallo, mein Name ist Thorsten Burgst. Because a vision softly creeping Hallo. Ich bin Larsen Davies. While I was sleeping. Was ist das? And a vision that was planted in my brain still remains 1 in 1 within the sound of silence Was ist das alles? Nach vier Minuten fick ich dich und deine Mutter mit meinem Schwanz lehle Jetzt kommt der Lifehack für alle Toll unter euch. Damit beim Sex nicht das Licht ausgeht, knotet einfach die beiden Stielenten vor dem Einstecken zusammen. Der Knoten dient nun als Zugentlastung und der Ständer bleib. Ich bin ein Freund von Sarah Connor. Mir wurde gesagt, dass sie hier ist, kann ich zu ihr. Nein. Sie vergleichen sich. Neues Ah! Ist der Hall! Ah! 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 Zwischen. Ihr habt einen Vorsprung Jedoch gibt es nur einen Weg und zwar die Höllenschlucht der Laborassistentin. Soße. Sodass. 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 Sodass!" Sodass looool! Kann ich zu ihr? Nein. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass Ralf Lieblingsgericht auch aus 5 Buchstaben besteht? P-P-N-I-S-Pizza Jetzt zeige ich dir mal, was wir Gutes zubereiten Unbedingt Meine Schwester Okay, okay Dann legen wir los Soos Kann ich Nein Dass der Name des Papstes einzigartig ist in der Welt Was erlaubt sich dieser Spaß? Und die 6 auf der Online-Plattform Reddit führte eine kleine Treppe zu einem Kellerraum In diesem waren mehrere Studenten zu finden, was darauf schließen lässt, dass es sich hierbei um eine Art Ohio State University handelte Fuck, ich dreiß Ich fick die Astrologen in der Wüste Atacama Auf einer Ebene Also auf einer Scheite Kann man kacken und ficken und stricken Soos Wenn bloß mal der Schee-Elefant ein bisschen stiller wäre Er stört mich sogar durch die Muschikel durch Ficken Sie Räumen jederzeit überall, wo Sie möchten Auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist Viel geringere körperliche Belastung Kein Ärger Über 5 zufriedene Nicer Dicer-Kunden weltweit bestätigen, dass der Nicer Dicer ein absolutes Dicer-Dicer-Phänomen ist Und für unsere Nicer Dicer-Fans haben wir jetzt die perfekte Ergänzung, die gratis Gourmet-Version Sie zahlen nur eine kleine Gebühr für Service und Verpackung Und ich kann am Ende noch einen Königsberger Klops bringen Das ist nämlich CIA und Vatikan sind die beiden Ursachen Warum ein Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleibt Und warum es Russen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen Es ist so bequem, Harald Lesch zu sein Vater! Ha! 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 Und die Nummer 4 Rätselhaftes Schloss Die New York Times taufte es auf den Namen Das Schloss Weswegen es definitiv einen Plattler in diesem Ranking verdient hat 1896 vom Nähmaschinen erbaut Erbergt es alles, was ein geheimnisvolles Schloss zu bieten haben muss Möbel, versteckte Zigarettenstummel hinter schwenkbaren Gemälden Hobbykeller und Fernseher hinter Regalen Nummer 8 Marcel Lewis war eine Anuskatze Ausgestattet mit 1 und 1 Marcel Lewis Geht erst wieder, wenn der Anschluss läuft Ich habe die Gerechtigkeit geliebt Und die Schpasten gehasst Deshalb sterbe ich